So, willkommen zurück zu einer Weiterrunde Overwatch. Heute gibt's ein bisschen Quickplay, da haben wir schon länger nicht mehr gespielt und wir werden mal irgendwas spielen, was wir sonst nie spielen. Und zwar Anna. Anna ist Bruch. Anna müssen wir spielen. Ich glaub, wenn man die Anna-Nate drauf hat, ey, dann ist der Chimp einfach nur übertrieben strong. Ich mein, du kannst so viele Fights damit kontrollieren, weil die Gegner einfach nicht geheilt werden können. Vor allem, wenn du das auf so Tanks drauf haust, wie Rothog oder Reinhardt, dann ist das einfach so ein Bruch. Ich bin ja mal echt gespannt, ob die irgendwann Sombra-Waffen, ne? Weil der Chimp wird ja gar nicht gespielt, ne? Selbst bei den Pro-Gammern wird der ja Null gepickt. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard das so geil findet, Alter. Die bringen den Held raus und der wird einfach instant nicht mehr gespielt. Ich finde, der ist auch ein bisschen zu komplex. Weißt du, wie der Chimp, glaub ich, geil wäre? Wenn du mit der normalen Waffe jemanden hitten würdest lange Zeit und der dann automatisch gehackt werden würde. Nee, das wär, glaub ich, zu stark. Naja, kommt halt drauf an, wie lange du dich hier drauf hältst. Du hast halt mit dem Hacken... Das Hacken ist halt totaler Müll. Wirklich. Sorry, aber das ist wirklich totaler Mist. Das kannst du halt... Allein, weil das immer abbricht, sobald du Damage kriegst. Das ist halt komplett scheiße. Weißt du, wenn du wenigstens... Zwei Sekunden oder anderthalb dauert das? Stimmt. Und was für eine Range hat das? Oh, okay. Kommt... Na, geht so. Nicht so ne gute Range. Nicht so schweiß, aber öfters halt noch zu 100 HP hast und dann rechner dran musst. Also ich find's halt geil, dass du, äh, dass du Medi-Kids hacken kannst. Das ist halt cool, aber... Ich weiß nicht. Oh, Leute, ich bin tot. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich find auch ihre Ulti zum Beispiel, dass sie gar kein Damage macht, find ich auch kacke. Ja, okay. Die Ulti macht halt kein Damage, aber die... Das ist halt ein... Global... Äh, wie nicht Global, so ein Massen-Silence. Hopf. Ich bin glasert. Boah, Alter. Ja, wie schnell man auch die Ulti hat mit, mit Anna, ne? Holy fuck, ist das heftig. Ja, okay. Du hast mich aber auch in diesem Spiel sehr viel geheilt. Ja, aber trotzdem. Ich mein, wir haben noch nicht mal einen Push gemacht und ich hab schon Rüchen gleich. Alter. Alter. Wir kommen aber auch Null rein, oder? Nein, das ist ein Jatter jetzt. Ich hab ne Hult ab, ne, Erich? Ja. Boah, keine Ahnung, Alter. Wir leiten so eine Serie, die Anna trifft, dann ist es auch vorbei. Oh, danke. Hey. Ach, na, wir müssen die in dieser Serie setzen wollen. Und wenn wir die in dieser Serie leben wollen, dann sind wir relativ gleich klar, die in dieser Serie ist auch sehr gut. Ne. Und wir brauchen die in dieser Serie, die in der Serie auch zu machen. So ist es eben auch klar, wie ich tatsächlich ein bisschen das sagen kann. Und da sind die in dieser Serie, die in dieser Serie beherrschaften kann. Oh, nie. Was, ja, wie ich nicht. Ich bin natürlich. Oh, nie. Und dann sind die Zulare. Oh, ja, das sind die in dieser Serie. Ich bin sehr schön. Und das ist jetzt auch mal ein paar Jahre. Boah, Alter. Alter, der Seniater geht mir echt auf die Eier, Mann. Ich hab gleich schon wieder Ult ab. Herich, du musst noch was sagen, dann komm ich mit dir rein. Ja. Okay, lass euch doch nicht hier. Keine Sorge, das ist ganz klar. Leistung verstärkt, greif ab. Ja. 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 Der Torbjöln, ey. Der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann oder? Mit dem Skin? Ja. Alter, der Reinhardt, der steht ja immer noch bei uns in der Base drin, ja. Tschüss. Ach man, ey. Ich war der einzige Heiler hier, ey. Das ist super schwierig, da zu heilen, ey. Bist du Damage 1, Fabi? Ja, ne? Ja. Was ich schon gesagt habe. Ah, nein. Ja, das ist nett aus. Oh, Erich! Der wütende Magie! Harambi unleashed. Oh, wow. Ach, Alter. Boah, Alter. Mit Junkrat, da haust du einfach irgendwo die Nades hin, Alter. Da brauchst du nicht mal zielen. Das ist so dämlich, Alter. Das ist echt Wahnsinn, Alter. Der kloppt einfach irgendwo in der Nades hin und bombt mich damit weg, ey. Das ist... Ich glaube, wenn du mit dem Held Aim hast, ey, da gehst du richtig schnell durch die Decke. Ich glaube, unsere Sombra ist richtig useless. Oh, glaube ich auch. Boah, jetzt reicht's, Alter. Jetzt picke ich Mercy. Das geht mir auf die Eier, ey, wirklich. Dieser scheiß Junkrat-Hobo, ey. Der ist super nervig, der Kerl, ey. Der ist einfach mal ultra-reudig, ey, wirklich. Boah, okay, fein. Der hat echt nur den Reinhard gerätzt. Ja. Juhl. Er ist ulti. Boah, Alter, wie viel Damage macht denn bitte die Symmetra? Hallo? Alter. Keiner hat die Symmetra gekillt. Die hat einfach die ganze Zeit links gedrückt gehalten. Cool. Alter, der Reaper ist so richtig... Ja, der ist doch kacke. Das ist halt das Problem an Quick-Pay. In Quick-Pay sind halt alle scheiße, ne? Die picken erstmal grundsätzlich... Keiner pickt einen Tank oder einen Heiler. Die picken alle Damage. Und wenn du dir selbst Heiler pickst, ey, dann rennen die halt rein wie die letzten Bauern. Alter, links-Klick. Richtig krasses Left-Klick-Highlight. Mensch. Guck mal, der zielt nicht mal richtig. Der hält einfach rein. Guck mal, der zielt nicht mal richtig, Alter. Der hält einfach die ganze Zeit links-Kick gedrückt. Selbst wenn er keinen Gegner sieht, hält er links-Klick. Alter, du hast echt 30% des Damages gemacht. Null. Aber irgendwie unmöglich, da reinzukommen. Ich glaube, der Sombra hatte nicht so viel von seinem Damage. Ich glaube, ich auch nicht. Sorry, aber Sombra ist auch der... Also, der hält macht Spaß, keine Frage, aber der ist useless as fuck, Alter. Der ist wirklich komplett Müll. Also, ich kann nur hoffen, dass der nächste Champion den Overwatch rausbringt. Ne, ich meine, Anna ist ja die übelste Bombe. Also, der Champ ist mega strong. Ich kann nur hoffen... Der kann nur voll raus, das ist lustig, oder? Ne, bis jetzt nur Anna und Sombra. Ich kann nur hoffen, dass der neue Champ echt besser wird, ey, weil Sombra ist halt komplett Müll. Keine Ahnung. Das ist eine lustige Idee mit dem Hacken, aber der ist echt... Der ist komplett Mist. So, dann picken wir mal Sombra, ne? Guter Hals ist Sombra. Why EMP does not kill those Turrets? Ich wollte sagen, das zerstört die Turrets. Oh, Tanks. Ne, Tanks, sag ich ja, pickt hier keiner. Braucht man nicht. Die picken lieber Widowmaker Reaper. Das ist wichtig. Wir brauchen keine Tanks, ne? Ne. Deswegen, also wirklich, ohne Scheiß, wenn du den ganzen Tag... Also, Quickplay ab und zu mal ist ganz lustig, ne? Aber wenn du jeden Tag nur Quickplay spielen würdest, da bist du doch irre im Kopf. Wirklich. Ich meine, da spielt ja keiner nach irgendeinem System. Da spielen ja einfach nur alle irgendwelche Random-Scheiße. Also, da würde ich echt eins zu viel kriegen irgendwann. So, ab und zu macht das echt Laune, so. Da kannst du ein bisschen was ausprobieren. Da ist auch vollkommen egal, ob du verlierst oder so. Aber wenn die da nur reintrollen, ne? Das ist ja... Da kriegst du schon ein bisschen Plug. So. Ich finde die Idee, dass die Matter mit diesen Türmen halt übelgeil. Und der Linkskrieg-Strahl ist halt überheftig, ne? Aber wenn du halt die ganzen Rundjumps und keinen Aim hast, dann... Ne, vor allen Dingen, der wird ja stärker, ne? Je länger du drauf willst. Und der bleibt auch stark, wenn du jemanden getötet hast, ne? Das heißt, wenn du kurz danach jemanden noch hittest... Wenn die Gegner jetzt keinen McReeder so zusammen... ...wult, Rul-Ape. Tschüss Hä, kann man mal jemand erklären, wie er Wenn alle nach dem Wandern gerufen sind Der random Hanse-Schuss Oh boy Ich war einfach ewig mit der Dings beschäftigt, alter Ich war einfach ewig mit der komischen Tracer beschäftigt, so eine Scheiße Oh, ich habe einen Schildgenerator noch ab Das ist das Gute, dass du den Teleporter zurückerstattet bekommst, wenn du den Punkt verloren hast Ich lege den hier oben hin Die haben ja niemanden, der hochspringen kann Oh, was macht ihr? Oh mein Gott Oh mein Gott, ich bin echt runtergesprungen Oh mein Gott Alter, da ist das boosted, ey Highlight of the game, alter Der Tod ist nur eine Illusion Eine Selbstschubanlage wurde zerstört Meine Selbstschubanlage wurde zerstört Ein Stück Scheiße, alter Ein Stück Scheiße, alter Weggebomb Und weg Ja 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 Nein Ja 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 Der hat drei Leute mit dem Hade weggespringt, oder was? Alright, Alter. Pick mal Fahrer. Komm. Tschüss, Reinhard. Der hat drei Leute mit dem Hade weggespringt. Der Reinhard, Alter, der ist so gut. Der stirbt halt schon wieder auf die gleiche Weise, Alter, wenn er über die Brücke läuft und ich den mit Fahrer runterschubse, ey. Fast dumm, ey. Der wird auch, ey, da wäre ich auch komplett getiltet, Alter. Der stirbt halt auch auf die gleiche Weise erneut. Boah, lol. Alter, ich liebe Fahrer, ey, wirklich. Dieser Chip wird es so gut. Die Schließung. Die Schließung. Die Schließung. Die Sch nedung. Die Schließung ist so gut. Der ist so gut. Alter ich liebe diesen Held so sehr ne Alter nicht dein Ernst Alter ich hab einfach schon 4 oder 5 Leute runter geschubst mit der scheiß Schubstnade Das ist so gut ey Oh ich liebe das ey Das ist schon echt lustig Kann man nicht anders sagen Da kann ich mich nur todlachen Jetzt gibt es eine Abkühlung Hui Wie langweilig Kenn die diese ganze Ebene nicht an Gängs eigentlich aus wenn ich dich booste wenn du einen Reifen hast Ähm ich weiß nicht Ne ich glaub nicht Aber der Junko ist einfach so dumm Oh wow was machst du Was machst du Boah alter Tracer Fick dich alter Rekt So Leute wird es Zeit für was besseres Jetzt kommt der Bastion Main Bastion Main Ich bräuchte eigentlich ne Main die mich oben auf die Dings bringt alter Oben auf den Kronleuchter Alter wie kommt der hinter mich diese Nutte Oh What Was Wie ich wut wieder Alter, der Heal von der Mercy gerade hat mich komplett gerettet Ja, dieses dumme Stück Scheiße, Alter Wie kann das denn sein? Easy Game, Alter Bastion Main Alter, war das dumm Ich glaube, ich habe Highlight mit dem Doppel-Knockback Würde mich nie wundern Alter, achte jetzt Das war dann, wo ich mich übel weggekauft habe Das ist das, achte mal Die beiden Fettsäcke, Alter Ah, ne, das ist das nicht mal, oder? Ich glaube, jetzt, achte, die werden wiederbelebt Und jetzt, zack Alter, das ist total behindert, ey Wir werden die full life wiederbelebt, Alter Und sterben einfach 100-0 Alter, ey Das ist echt, das ist echt zu lustig Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Haut rein Das ist echt zu lustig, aber es wäre es für heute